hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von tide of light wir machen wieder weiter so ich habe jetzt sozusagen jetzt offscreen ein bisschen gelevelt und mal gucken ja jetzt level 30 mit ihr und gruppen haben auch ein bisschen auch level 30 und ja ich würde sagen ich gehe erst mal ein bisschen ein bisschen skillen sozusagen sie können wir auch ein bisschen das 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 okay das geht natürlich nicht dann machen wir das dann machen wir das 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 na gut ich hoffe dass wir die spinne jetzt endlich mal besiegen können also ich hoffe es so sehr und mal gucken haben wir jetzt alle mal schauen leute aber ich hoffe dass wir jetzt viel viel schneller äh wie viel ähm ja besser geskillzt sind und besser jetzt für den boss mal gucken wäre aber cool mal gucken auf geht's in die schlacht los sektisch und kämpfe auf drei eins zwei drei bald abgleich zwischen für dich ist es vorbei so ich weiß jetzt nicht wer das level die großspin jetzt ist probieren wir jetzt einfach mal 20 schaden ok 85 ok 29 ok ja gut temperatur erhöht temperatur erhöht das ist nicht so toll wenn alle erhöhen wow ok wird immerhin ein bisschen zurück geschlagen ich glaube ich hätte lieber auch erstmal auf alle irgendwie gekämpft gekämpft mal schauen gut 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 gekontert ok und bam sehr gut ein bisschen Leben schaltet nie ok 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 gut das ist jetzt na gut das schon mal ganz gut ah lieber heiligtum ok nach hinten geschlagen verdammt schon schon und angriff da wird immer noch sehr viel noch das hat man schon au ok 44 ok 31 schaden ne das ist jetzt glaube ich nix aber ja gut wir kriegen immer wieder Leben mehr schon ok hm hm ja bin wir noch nicht down hm mal gucken wow wow das ist hart warte mal machen wir das heilung an ihr und dreimal gut dass wir sie heilen können bald müssen wir ihnen nicht heilen ok er heilt sich wieder selber ich habe jetzt nichts gesagt muss bestimmt bald wieder down sein hoffentlich ok und angriff komm schon ok wieder nach hinten ah verdammt ok pfff gar nicht gut gar nicht gut müsste ich jetzt lieber heilen sollen verdammt verdammt ok besiegt verdammt ok ich muss irgendwie anders da machen ok verlangsamt hm oh 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 nein keine chance ok nochmal das kann uns auch schwer sein das kann uns auch schwer sein mal gucken wir probieren es nochmal hm ich weiß leider nicht wieviel leben der hat ich würde es ja einfach äh was machen wir denn Lichtstrahl Lichtstrahl greifen lieber die kleinen dann erstmal an das sind die die halt meistens nerfen oh pfff das ist hart das Lichtstrahl bringt ja voll ok krass krass warte noch mal das Lichtstrahl das bringt ja voll ok komm schon und 92 ja ist schon ganz ok ähm ich bin grad nochmal an au na gut mal Lichtstrahl wenn man nicht besiegt wenn man nicht besiegt und Lichtstrahl ok wenn man nicht besiegt hm 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 ok und angriff aber immer noch besiegt das ist hart ok wenn man nicht besiegt er will leben ah ok ok und schon und es greift sie an ok ok probieren wir doch mal mit den Lichtstrahl und und Lichtstrahl oh ist ganz gut ok oh ist ganz gut ok wenigstens noch ein bisschen nehmen deswegen heimen wir sie jetzt den Rest ok reißt zwar immer noch nicht aber hm Schaden erhöhen ne hm ok nein 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 ok gut ausgewischt oh Glück gehabt jetzt jetzt langsam besiegt endlich hm ok kräftere kräftere an sieh ok kein problem ok wird doch dann zum problem so machen wir ihn platt jetzt aber sehr gut jetzt wird nur er also die großspinne sie verlangt damit sie verlangt damit ok lassen wir erst mal ein bisschen Leben geben dann mal mehr dann weiter komm schon bamm 92 dabei leider nichts aber ausgewischen so komm schon ne leider wird sie jetzt angegriffen wie immer nicht keine chance ok müssen die noch mal ein bisschen heilen bevor wir jetzt irgendwas machen so jetzt ihn dann mal auf füllen wenn auch nicht viel ähm dann bleiben wir halt so Lichtstrahl da hm ok sich verlähmt sie leider sehr gut da ist sie immer noch gelähmt leider hm hm schon oh nein hm was ist das scheiße lieber so sehr gut aber leider habe ich nicht genug au oh nein sehr gut lieber trinke hm so noch mal aufgefüllt zum glück hm sehr gut hm sehr gut hm der Hebel ist zwar gut aber ja was ok ne zwei neue Schaden aber langsam gib dein Guest auf das ist gut leider nutzt mir jetzt glaube ich nix mehr ich kann schon gib und Angriff sieht sehr gut aus immer noch ah das ist knapp komm schon suchen wir mal das Lichtstrahl aber das geht gar nicht mehr weil ich keine MP mehr habe dann mache ich lieber so ok kontert oh man das ist so spannend Leute ich darf jetzt nicht verlieren ok ok so gucken wir nochmal wie tun sie lieber nochmal kurz Leben geben uff ich bin echt angespannt Leute aber es sieht jetzt sehr gut aus auch wenn der Part jetzt bestimmt schon lange dauert für den Kampf aber ob wir sie wenigstens besiegen die Spinne immer noch nicht au komm schon und bam geschwäschelt langsam oh oh es geht jetzt sehr schnell ah es wird knapp Leute es wird echt knapp besiegt ja man besiegt endlich man war das schwer der Kampf hat zwar jetzt 15 Minuten gedauert aber wir haben ihn besiegt Magnas Blut fließt wieder ganz befreit und hoffen es für lange Zeit boah das hoffe ich auch Leute wiu das war ein halter Kampf zu Eklens Klippe hier wie geht es um dein Gemüt wie steht es um dein Gemüt verehrte ich fühle mich jung und gut mein Herz steckt endlich wieder rein ein Rambert ohne Pan hoch in den Himmel hebe ich euch aber dann kann es wirklich nicht mehr bleiben die kleine Kerle auf meine Schulter bis endlich wieder Handel treiben boah sieht es krass aus war doch gut so viel zu leveln Hab Dank Magna für die tolle Reise so hoch im Himmel war ich noch nie Kapitel 7 der Herzog und die Herzogin ok oh man ist ja echt ein krasser Kampf aber es hat mir echt gefallen ua 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 wird ja ein bisschen Punkte bekommen wird ja ein bisschen Punkte bekommen und Angreif was wir machen nur 10 Schaden oha oha das ist krass mal nie Schaden keine Ahnung und nur 10 10 106 138 ok ja gut ist schon mal ganz gut und Angriff aber so 10 ist schon hart 61 und wir machen nur 10 alles klar wir machen wir machen einfach mal nur 10 Schaden ist klar ist klar Leute ok gut ausgewischen und Überrumplung und Hieb 14 Schaden 14 Schaden nur ja gut der macht genau das 5 fache alles klar ist klar wir machen immer nur 10 Schaden der macht uns das 6 fache alles klar Leute also hier ist uns sehr starke Gegner unterwegs sehr starke ich bin gespannt wie viel äh AP Punkte wir bekommen wir haben kaum noch Leben das ist hart wir scheitern bei dem Gegner das ist hart aber gut wir können ja dann bisschen dann trainieren immer noch nicht besiegt alles klar wir sind fast erledigt also jeweils 1 Schaden und wir sind down ja wir sind down ja wir sind eindeutig down Leute aber ausgewischen zum Glück mal kurz nochmal schnell Leben holen oh man oh man oh man oh hab ich mal wieder eingelassen hier nein ausgewischen was ist das wow 49 uha naja gut Leute aber Hauptsabie an dem Boss entstand besiegt und auch 14 Schaden so wir machen uns genau das Doppelte 8 8 geht nur noch also wenn wir es jetzt nicht hinbekommen den zu besiegen dann weiß ich auch nicht Leute ok ich bin besiegt Leute bin besiegt alter wie stark sind denn die die sind ja richtig stark das ist hart das ist echt hart Leute die sind so stark ja egal Leute ich würde sagen ich beende das Video schon ich hoffe es hat euch gefallen im nächsten Fall geht es dann weiter und ja tun wir was uns da oben erwartet und wenn es euch gefallen hat Leute könnt ihr gerne da oben gehen und bis zum nächsten Mal von Zeit auf Leid von Soldiers 95 Tschüss Ciao